Was ist hier so drin? Die können wir mitnehmen Flint hab ich schon Oh nice! Oh geil Nice 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 Heyo Leute Herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft Blightfall Und das Schwein tanzt hier wieder schön auf den Tischen rum, alles klar So kurz nach der Aufnahme habe ich hier noch die Smelltree ein bisschen höher gebaut Ich hatte ja noch genug So, was mache ich diese Folge? Ich habe mir Zwei Checkpoints gesetzt und zwar hier unten. Hier gibt es zum Beispiel Lava und eine Stadt die will ich noch irgendwann erkunden und das hier will ich auch noch So, damit Wäre das jetzt mal geklärt Was ich jetzt noch brauche für die Smelltree sind hier diese diese ihr wisst schon diese Ausgüsse oder wie man das auch nennt Sand haben wir schon mal sechs Stück Gravel können wir uns haben wir auch Jetzt fehlt uns noch Clay Deswegen muss ich mir jetzt erstmal irgendwie ein bisschen äh Flintup besorgen dass wir wieder unser Schwert hier aufbessern können so das dürfte reichen wenn ich das jetzt gemacht habe gehen wir wieder auf Erkundungstour so machen wir so haben wir drei Flint das ist gut jetzt kommt das Schwert hier mal rein zack 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 und das hier direkt auch und die ist auch ach ich bin so ein Depp ne egal hole ich mir das eins, zwei, drei so ach Gott dann kommt das hier noch zack Perfekt Gut dann gehe ich jetzt mal ins Dschungel Biom Jungle Hill Travel und da dürften wir eigentlich irgendwo Oh fuck Autsch Verreck Dankeschön Geh weg Uh Geht weg Geht weg Geht weg Oh die Coco die Coco Beans könnten wir die Kakao Beans könnten wir auch mal mit Oh nice Was ist hier Oh geil Oh nein Oh geh weg Nein 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 Gut dann holen wir uns die später Ah Oh shit Oh Gott Oh Gott nein Geht weg Weg Oh Gott Oh Gott Healen 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 Okay Okay Ah okay Ich geh jetzt mal irgendwo hier Oh Gott fuck Nein geh weg Ah Oh nice Obsidian Mann Hui Geil Ich muss mich jetzt mal irgendwie ganz schnell healen Oh bitte Reck einfach ein bisschen Komm Die könnten wir jetzt eigentlich schon mal in der Zeit verkraften So Okay perfekt Kann man die Kann man die nicht schlagen? Oh Oh ist das scheiße Oh doch Irgendwie erwischt man die oder? Na komm Noch ein bisschen sind sie weg Ja Perfekt Oh hier ist eine Kiste Nice Hä? Oh Oh Okay Das looten wir Okay Jetzt muss ich mal in die Häuser rein Da war nix Mal da hin Oh Da ist ein Apfel Uh Weg hier Lass mich rein Oh Gott Okay Was ist hier so? Na brauchen wir alles nicht Ah Oh nein Copper Sword Stone Binding Ah komm das nehmen wir mal alles mit Bone Bone ist glaube ich auch ganz gut Bronze Sign Head Ist das hier so drin? Die können wir mitnehmen Flint habe ich schon Oh nice Oh geil Nice 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 Sonst Bronze Ja das brauchen wir alles nicht Einschmelzen geht Geht auch nicht Ah Okay Perfekt Das ist schon mal gut Ich guck jetzt hier nochmal rein Okay da ist nix Mal hier entlang Oh da scheint noch was zu sein Was ist das? Keine Ahnung Nehme ich mal das Oh Kohle Nice Ah hier ist noch Oh nochmal ne Schmelze geil Ah es leckt Nochmal Obsidian Boots Nice Nice Da vorne ist ein Guard Bloß weg Okay Damit hätten wir doch alles Oh Oh verpiss dich Der ist weg Damit hätten wir alles erkundet Ich hole mir vielleicht noch die Melonen da Ja die hole ich mir noch Oh Gott nein Nein Geh bloß weg Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Okay das ist weg Nice Ah Oh nein Ah verdammt Diese scheiß Viecher ey Ich muss hier weg Oh Gott oh Gott oh Gott Oh Gott Ey ich muss erstmal was essen Oh verdammt nochmal Oh verdammt nochmal Alter Kaputt Ja Nice Jetzt will ich mir trotzdem noch die ganzen Seeds holen Oh jetzt ist hier nochmal was Was Ähm So Ah Ich verreck gleich nochmal Oh Gott oh Gott Oh da ist nochmal was Fuck Ich bin tot Ich bin tot Ich will nicht sterben Wo komme ich denn nochmal her Wo Von wo bin ich gekommen Okay da lang Oh bloß zurück jetzt Ah da ist ein Schwein Fuck Oh Ich muss weg Ich muss irgendwie Ich schaff das Ich schaff das ohne zu sterben Komm Komm Ah Oh Gott oh Gott oh Gott Ich schaff das ich schaff das Boah Alter Jetzt kümmern wir uns Erstmal Um was tolles Huh Wir müssen echt mal irgendwie an Wasser kommen Aber Wir haben die Copper Die Copper Sachen Jetzt muss ich erstmal entleeren Jetzt kommt das hier alles da rein Äh Äh Das Brot kommt da mal runter Zack Okay Oh Gott ich brauch mehr Mehr Truhen 1 2 3 4 5 6 7 8 So ich mach jetzt mal noch ne Truhe Aber wir haben jetzt richtig gutes Zeug bekommen Ey damit können wir weitermachen Ohne die Copper Eggs hätten wir jetzt echt nicht weitermachen können Und Copper gefunden habe ich auch nicht Das ist das dumme Ah wo mache ich jetzt diese scheiß Truhe hin Oh komm die waren jetzt einfach da So Gold da rein Was ist eigentlich diese Wein Was ist das Das ist das Aha Was ist denn das Könnt ihr mir sagen was das ist Wein Scaffolding Alter Okay die kann man wieder abbauen Ich hab kein Plan was das ist Ach da können wir auch noch was reinmachen Egal Kommt weg kommt weg Coco beans Das kommt weg Das kommt weg Das Und das Schwert auch Das Zeug hier verkraft ich mal So Damit hätten wir dann die Quest auch bald Mal gucken Zack Äh Was waren das Geole Ne Scout Ne Paranormal Nein Äh Nein Das hier Ja Was ist denn das Floating Sip Hä Okay Hm Komisch Egal Manual Submit Manual Submit Play Reward Ach das kann man wiederholen Nice Ich will jetzt auch mal gucken Das verkraften wir jetzt einfach mal Translated Alien Grimoire Ach so das löst sich dann auf Huch Ah das gibt Aspekte okay das ist schon mal nice Das heißt wir könnten da jetzt wieder Manual Submit Okay 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 jetzt kommt das Dann machen wir das jetzt wieder zusammen Oh Nice Okay Also was brauche ich alles 1,5 Hearts 1 Heart Auf jeden Fall das da Mit dem Copper Ding Dann kommt das hier mit dem Und ansonsten benutzen wir einfach mal Sticks Ja geht ja nicht anders Okay dann muss ich mir noch Sticks machen so Jetzt Ah Endlich man damit können wir wirklich weiter machen Da können wir uns jetzt Komplett eindecken Sogar ein besseres Schwert Mit Taumig Plus 7 Das ist schon mal richtig geil So Okay Dann könnten wir das mal weglegen Das auch Ah ich muss jetzt echt mal Ein bisschen Aufräumen Die Dinger wollte ich jetzt eigentlich noch Anpflanzen aber wir haben noch kein Platz Mh Ist die Frage jetzt? Egal Das mache ich mal später Mal da rein Mh Und wir können jetzt Was ist das? Ja Cool Äh Wo war das? Nochmal Indicator glaube ich Copper Pickaxe Ich habe doch eine Copper Pickaxe Manual Submit Wieso geht das nicht Hä? Ich habe eine Copper Pickaxe Ich habe eine Copper Pickaxe Ich verstehe das nicht Warum kann ich das nicht claimen? Ich habe eine Copper Pickaxe Ich verstehe es echt nicht Ich habe Oder muss die ganz aus Copper sein? Ich glaube die muss ganz aus Copper Oder? Na scheiß drauf Wir Gehen jetzt erstmal Ne ich will das ausprobieren kurz Weil irgendwie Ah so wächst das Nice Perfekt Ok gut Das lassen wir so Das wächst schonmal Jetzt können wir endlich Endlich Unser Eisen holen Muss ich nur gucken wo das war Hier schonmal Oh geil Haha Endlich Endlich können wir weitermachen So Da mache ich mir dann direkt Ähm Direkt Einen Eimer Und natürlich Rüstung Und dann Oh da kommt schon Taint Naja Ok Äh Hallo Wieso geht das nicht weg? Na egal Ach verpiss dich So da ist eine Kohle Nehmen wir auch mal mit Das dumme ist Ich kann die nicht Reparieren Ich habe kein Copper Das heißt wir müssen jetzt So viel Eisen fahren Wie wir können Und dann da gute Eisen Pickaxe Und so machen Das heißt Eisen steht jetzt An erster Stelle Wenn ich irgendwo mal Eisen finden würde Oh So Das ist schonmal gut Gut So Puhu Glaube ich muss da mal irgendwo anders hingehen Ich bin da ja eigentlich auch mal woanders runtergegangen Ne Hier nicht Hier So da ist noch Eisen Perfekt Zack Ja Naja Ok Da war Eisen Und vielleicht finde ich hier Ich glaube ich habe Lava gefunden Ich weiß es nicht mehr genau Irgendwo ganz unten Können Können wir alles noch schauen Mal sehen Aber das ist so gut Dass wir jetzt das Eisen abbauen können Also die Copper Pickaxe Sie war jetzt echt notwendig Gott So Jetzt gucke ich nochmal hier rund Oh Da das ist noch Eisen Oh geil Ganz viel Eisen gibts mir her Na komm Ja das ist jetzt nicht so gut hier Kann ich hoch Na perfekt Ok ich gehe jetzt trotzdem nochmal gucken Ok da war nichts mehr Hier vielleicht Nö Dann war Oh da ist noch Ah und das hier Können wir auch abbauen Da kann ich direkt mal gucken was man damit machen kann Ich weiß es nicht Hier geht es auch nicht weiter Da habe ich nicht weiter gegraben Hier habe ich weiter gegraben Ich glaube Dass hier irgendwo auch Lava war Wir schauen jetzt mal kurz Nur dass ich es weiß Ja da geht es weit runter Ne Na das ist schade Na egal Gucken wir einfach mal Na komm jetzt Dauert es natürlich bis wir wieder oben sind So Wenn nicht muss ich halt Irgendwo dahin Oh Komm her Was ist denn hier los Was ist denn los Alter ich habe mich verlaufen Scheiße Was ist das Nice So Dann kommt das hier noch Was auch immer man damit machen kann Jetzt kann ich hier noch runter Da scheint noch was Ja nice da ist auch noch Eisen So Aber ich gucke jetzt mal kurz Ist hier irgendwo Lava Ja da geht es halt ein ganzes Stück runter Aber da müsste eigentlich auch irgendwo Ah ne das ist eine Höhle Okay Ist da hinten irgendwo Lava Ne Schade Aber ich sehe hier Lava Das heißt wenn wir uns da runter graben Ah Verdammt Hilfe Warum ist da jetzt ein Goldkorn rausgekommen Naja Ich sehe hier auf jeden Fall Lava Da können wir uns mal runter graben Später In den nächsten Folgen dann Uhhh Gold Ah geil Okay jetzt erstmal hoch Das ist denke ich mal erstmal genug Eisen Ich nehme das hier noch mit auf jeden Fall So Ah komm her 33 Eisen 35 36 37 38 Ja ich baue mich hier hoch So Okay perfekt Da noch Eisen Alles mitnehmen Klar das ist jetzt nicht so spannend in der Folge Aber Ich hoffe trotzdem dass sie euch gefallen hat Und ich würde sagen Ah komm her Wir müssen jetzt irgendwo hoch Na super Da brauche ich mich jetzt einfach Da brauche ich mich jetzt einfach hoch Na komm Äh Habe ich was zum hochbauen Ja Ich würde sagen Wir beenden jetzt die Folge Und wir sehen uns das nächste Mal wieder Ich hoffe es hat euch gefallen Wir sind jetzt endlich wieder oben Daumen nicht vergessen Kommentar Und dann holen wir das nächste Mal Lava Und können mit der Smeltery weitermachen Was machen die Schafe da Und die zwei Schweine Sind die einfach gespawnt Alter Wo kommen die Dinger denn her Geil Sind die einfach gespawnt Fett Ey das ist nice Und ich hoffe die bleiben hier auch Naja Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal